Burbach, Siegerland, Burbach, Siegerland, ist eine Stadt in Siegerland. Hintergrund Burbach besteht aus den Dörfern des Hickengrundes Lützeln, Halshausen, Nieder- und Obadresselndorf und aus den Dörfern des oberen Freiengrundes Burbach, Wahlbach, Gilsbach, Würgendorf und Lippe. Mit dem Flugzeug die nächsten großen Verkehrsflughäfen befinden sich in und, sie sind beide etwa 100 Kilometer entfernt. Der Flughafen bei Köln ist allerdings besser mit der Bahn erreichbar, über Betzdorf und Trostdorf, in zwei Stunden Fahrtzeit. Der Siegerland-Flughafen ist ein kleiner Flugplatz ohne Linienflüge. Angeboten werden unter anderem Charterflüge bis 70 Personen und Frachtflüge. Der Flugplatz ist auch für den Nachtflug zugelassen. Betreiber ist die Siegerland-Flughafen GmbH, er befindet sich in der Flughafenstraße, beim Ortsteil Burbach-Lippe. Nächster Bushalt ist Burbach-Lippe-Zollhaus in einem Kilometer Entfernung, nächster Bahnhalt ist Burbach in fünf Kilometern Entfernung. Mit der Bahn der wird von der Hellertalbahn aus Betzdorf und Dillenburg angefahren. Dabei führen die Verbindungen aus Köln über Betzdorf-Sieg, von Frankfurt über Dillenburg. Weitere Haltepunkte der Hellertalbahn sind Herdorf und Neunkirchen, Siegerland. Nächstgelegene Haltepunkte der DB ist Heiger, 10 Kilometer entfernt, bedeutender ist der Bahn Knoten Siegen, 30 Kilometer. Haltepunkte für den Fernverkehr befinden sich in deutlich größerer Entfernung in Gießen, 60 Kilometer, und Koblenz, 70 Kilometer. Auf der Straße über der A4 aus Richtung Köln, über der A45 nördlich aus dem Ruhrgebiet, aus Fahrt Willensdorf, und südlich aus Frankfurt, aus Fahrt Heiger Burbach. Mobilität Burbach selbst ist kompakt und kann zu Fuß erkundet werden. Im Rathaus kann man bei der Touristinformation auch E-Bikes leihen, im hügeligen Terrain durchaus willkommen. Überlandbusse halten an verschiedenen Punkten im Ort, daneben gibt es einen Bürgerbus, mit dem man innerhalb der Gemeinde günstig in die Ortsteile kommt. Sehenswürdigkeiten Alte Vogtei, ca. 500 Jahre alter Nassauischer Amts- und Gerichtssitz, Museum mit Schmiede, Stellmacherei, alte Apothekeneinrichtung, Öffnungszeit, letzter Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr. Immer am letzten Wochenende im August findet dort das jährliche Museumsfest statt. Hausherbig markantes Fachwerkhaus in der Ortsmitte mit funktionsfähigem Druckereimuseum. Heimatstube Alte Schule Holzhausen Öffnungszeiten, nach Vereinbarung 02736 7814 Krumm. Heimatstube Alte Schule Niederdrisselndorf Öffnungszeiten, nach Vereinbarung Telefonnummer 02736 7703, Heinz. Wandern Wacholderheide, Heidelandschaft im Gambachtal Großer Stein, riesige Halde von Basaltblöcken hinter der Höhe Richtung Holzhausen zeugt heute noch von vulkanischem Geschehen Buchhellertal, schönes Nebental der Heller mit reicher Flora-Rothar-Steig. Einkaufen mit der im Ortskern gelegenen Römerpassage verfügt die Gemeinde auch über eine eigene kleine Einkaufpassage. Nicht in der Römerpassage, aber ebenfalls im Ortskern gelegen, findet sich ein Rewe-Markt, ein Schuhgeschäft und ein Fotoladen, um nur ein paar zu nennen. Zu erwähnen wäre auch noch die Expert-Filiale am Ortsausgang, sowie der Aldi in der Nähe des Bahnhofs. Auch in den Ortsteilen finden sich kleine Geschäfte, teilweise auch Supermärkte. So findet sich in Niederdrisselndorf zum Beispiel auch ein Norma und in Holzhausen ein weiterer Rewe. In Wallbach und die Wasserscheide gibt es, ebenso wie in Burbach auch eine Metzgerei. Günstig diverse Imbisse Mittelchina-Restaurant Palace, am Flüsschen 14, 57299 Burbach, Telefonnummer 49, 2736, 492598 Pizzeria Napoli, Gambach 4, 57299 Burbach, Telefonnummer 49, 2736, 57335 Gaststätte Athen, Freiergrundstraße 73, 57299 Burbach-Wallbach, Telefonnummer 49, 2736, 5452 Gehobens-Norrenburg, Römer 3, 57299 Burbach, Telefonnummer 49, 2736, 298419 Gesundheit Es gibt diverse Ärzte und Apotheken im Ort Praktische Hinweise Poststelle in der Römer Passage Ausflüge Basalt und Wildpark Bad Marienberg Schloss Braunfels in Braunfelsburg Reifenstein mit Glockenmuseum Kloster Marienstadt Kuba Scherkristallhöhle bei Walburg Vogelpark Uckersdorf bei Herborn Gehobens-Norrenburg, Glockenmuseum